Wo ist unser Anteil? Woller, hab ich jetzt nicht? Scheiße. Ha, haste mal ein Euro! Digga, dann schöner, Jessies! Oh. Der hat nur nach einem Euro gefahrt. Uuuhhh! Wiss, ich war nützlich! Ich war nützlich! Das Erz lenkt sich Spannungskurve! Ist der der Mitte? Was ist da? Ist das der Fahrstuhl der Mitte? Ja, wir könnten den Zug schon abhauen. Ja, dann. Gar nicht erst zu viel riskieren. Ja, dann. Ha, 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 ha! Easy! Wege! Fischee! Jorgenfe Wege Hecht Wir tun nicht. Wir tun nicht mehr. Wir tun nicht mehr. Was ist das? Vielen Dank.